hallo und herzlich willkommen zu einer folge CSGO mit mir den Robb und wir werden heute Case Opening betreiben und zwar CSGO ist rausgekommen am 21. August 2012 und von dort an hatte ich das Spiel und habe bis heute 2016 noch keine einzige Kiste geöffnet. Deshalb werden wir das heute ein bisschen nachholen. Counter-Strike Global Offensive wird das teambasierte Action-Gameplay erweitern, mit dem es mit der Veröffentlichung vor zwölf Jahren neue Wege betrat. CSGO bietet neue Karten, Charaktere, Waffen, außerdem werden viele der klassischen CSGO-Spielelemente verbessert. So werden wir mal loslegen und zwar ich habe keine Ahnung welche die besten Kisten sind und welche die schlechtesten. Ich werde mal gucken. Hier haben wir dreimal Chroma 2 Kistchen, einmal Chroma 3, zweimal diese Falcone, Gamma, Revolver, gut die werde ich gar nicht öffnen. Revolver, ich will keine Revolver. Revolver Kiste will ich auch nicht, Revolver, Revolver, Shadow. Also ich werde auf jeden Fall eine von diesen Shadow Kisten öffnen, denke ich mal. Dann eine von den Gamma, eine habe ich ja auch nur. Dann von denen, von den, die Chroma 3 werde ich öffnen und eine von den Chroma 2. Also wir fangen einfach mal ganz... Welchen nehmen wir denn? Die Chroma 2 oder die hier? Hm. Wir nehmen die Nummer 3. Öffnen, jawohl. Ja, oder was, Jan? Will ich? Jawohl. Okay. So, festhalten. Oh, hoffentlich was gut ist. Oh, naja, so einen Scheiß habe ich auch gebraucht. Jawohl. Na nice, Alter. Fängt schon mal sehr gut an. Okay. Alles klar. Minimale Gebrauchsspuren. Na wen ist denn das? Gut. Gut, Chroma 2 ist schon mal scheiße. Dann werden wir jetzt hier diese Chroma 3-Kiste öffnen. Ja. Komm. Jawohl. Schlüsselhammer. Ah, sieht doch gar nicht schlecht aus. Komm, da will ich jetzt was ordentliches hier mal. Ja. Los. Und... Action. Ah, komm, komm, komm. Daumen drücken. Nein. Nicht die Scheiße. Ich hab' nicht... Ah, wohl. So schlecht sieht sie gar nicht aus. Ja, ich kenn' mich da auch noch nicht so aus, ne. Ich, wie schon gesagt, ich hab' seit... 2012 ist das draußen, also seit vier Jahren, hab' ich hier keine Waffen gekauft. So, das war die Chroma 3-Kiste. Jetzt machen wir hier so eine auf. Und dann nehmen wir... die erste. Komm. Jawohl. Jawohl. Ja. Oh, nee. Da kommt jetzt nichts, Alter. Ich will jetzt, äh... Was will ich denn haben? Ja. Ja, das natürlich. Nein, Spaß beiseite. Komm, die AK reicht mir auch schon. Na los, auf geht's. Nein, so ein Scheiß. Oh, und die ist auch noch zerkrautzt. Zeig' mal. Einsatzerprobt. Super. Was war denn das andere? Was hat sich denn... Auch einsatzerprobt. Ah, okay. Ah, scheiße. Gut. Wir hatten jetzt so eine Felge. Jetzt machen wir die Gamma auf. Die Gamma. Jawohl. Oh, wer, da kommt jetzt nichts, Alter. Hier, die will ich haben, die P9-Seguert. Jetzt krieg ich nochmal so eine Scheiße. Bleib stehen! Den Dreck will ich nicht. Ach, doch. Scheiße. Oh, die sieht gut aus. Oh, die sieht gut aus. Wo ist sie denn? Minimale Gebrauchsspuren. Na, ist ja nice, Alter. So. Revolver machen wir mal gar nicht auf. Und jetzt machen wir noch eine Shadow. Minimale Gebrauchsspuren. Raus. Minimale Gebrauchsspuren. Raus bist du. Alles klar. So. Auf geht die Post. Jawohl. Witz. Ah. Uh. Ja. Nice. Nice, 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 nice. Komm. Da könnte jetzt mal was ordentliches rauskommen. Oh gut. Und los geht's. Daumen drücken. Nein. Die Farmers. What? Ah, okay. Scheiße, Alter. Wo ist die fucking Farmers? Einsatz erprobt. Ah. Okay. Gut. Das sollte es erstmal gewesen sein. Oder machen wir noch eine? Machen wir noch eine? Machen wir noch. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Aber keine Revolver. Die Revolver will ich nicht. Was nehmen wir denn? Nehmen wir nochmal die Shadow. Die Shadow oder die Chroma. Shadow, Chroma, Chroma, Shadow. Whee. Haben wir neben noch so eine Chroma. Scheiße drauf. Ja, neben noch so eine Chroma. Jawohl. So, und weh. Ich kriege jetzt hier einen Scheiß. Oh, die UMP wird ich gerne. Oder natürlich hier eins von denen. Ja, oder von denen da. So, jetzt aber. Jetzt. Komm. Schaka. Ja, ja. Ja. Die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. Jawohl. Nice. Wo ist er? Da. Einsatz erprobt. Nochmal angucken. Ja, die ist doch gut, oder? Okay. Komm, machen wir noch eine. Wir machen noch eine. Wir machen noch eine. Wir nehmen noch eine. Nehmen wir noch eine Chroma. Ne, wir nehmen noch. Hier die. Komm, wir machen noch eine. Eine machen wir noch. Ah, dann ist gut. Ne? Eine machen wir noch. So, jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein. Oh Gott. Scheiße. Obwohl, so schlecht stehen die gar nicht aus. Wo sind denn die? ich hab auch nicht drinnen ähm Pisteln Minimale Gebrauchsspuren na ok so Revolver, Revolver, Revolver wir haben noch einen Felgen Chroma, Chroma äh äh ich mach noch so einen Felgenhof na und das machen wir jetzt und auf ab geht die Post also so ein Messer wäre natürlich geil aber ich glaube so ein Glück habe ich natürlich wieder nicht na naja super wow da geht es herzlich hoch so ich würde sagen das war es erstmal mit Open Casing äh Open Open Casing mit dem Rob von Playroom ich bedanke mich für's Zuschauen und haut rein tschüss